Was ist das? Ob wir schon mal was mit einer Frau hatten? Einmal die Nummer 101. Also, ich bin mittlerweile unterwegs, nun stehe ich im Stau und ich weiß nicht wieso. Es ist auf jeden Fall richtig nais, oh mein Gott, ich hatte ja gar keinen Bock auf Stau. Okay, wann hat man schon Bock auf Stau? So, ich bin jetzt mittlerweile angekommen und checke es gleich aus und dann geht es nämlich schon weiter. Ich weiß gar nicht genau, was wir heute machen, weil es jetzt so mega spontan war, aber ich denke mal, wir gehen einfach wieder nach Heilbronn, laufen da ein bisschen rum, machen wahrscheinlich auch wie immer noch ein paar Fotos oder so. Und ich habe gerade einfach einen Autocrash mitbekommen. Also es war gerade nichts Schlimmes, es ist nichts passiert, aber da ist einfach so ein Typ beim Rausfahren in so ein Pizzamann-Auto-Ding reingefahren. Ja, war auf jeden Fall gerade sehr überraschend. Also ich bin angekommen, aber komme hier einfach nicht rein, weil ich dieses Hoftor immer noch nicht check, weil es einfach nicht aufgeht. Ja. Läuft auf jeden Fall. Ich verstehe das. Ich kann eigentlich, Mann, wo geht es auf? Ach so, ja. So, also wir haben bemerkt, dass wir irgendwie einfach beide fast das Gleiche anhaben. Du meintest ja, dein Oberteil noch wechseln zu müssen. Ja, ich hatte ja vorher ein schwarzes Ahn, okay. Aber jetzt geht es auf jeden Fall dann gleich los. Da ist dieses Viech wieder, was gerade eben auf meinem Bein saß. Was ist das? Oh mein Gott, geh halt doch weg, geh halt doch weg. Was ist das denn? Ich werde... Das ist, glaube ich, so eine Stinkwanze oder so, oder? Oh nee. Ich will ja irgendwie raustun, aber das ist ja so schreckhaft. Ja, nur einmal die Nummer 101. Warum müssen wir mit Kartoffeln? Äh, die Netzkartoffeln. Zweimal kam das Thema Freundschaft plus, ja oder nein? Oh, in den gleichen Typ verliebt was machen. Ob wir schon mal was mit einer Frau hatten? Reaktion aus eurem Umfeld, als wir mit Social Media angefangen haben. Jo, als Fuckboy werden Männer bezeichnet eigentlich Jungs. So eine richtige Arzt, ich haue eigentlich. Knieprobleme, Hüftprobleme, alles am Start. Wir haben gerade eben ein Girls Talk Video auf Filis Kanal gedreht. Und jetzt fuhren wir hier noch zu Ende. Ganz awkward mitten auf einem Radweg, aber... Preist drauf, Leute, machen ja was ihr wollt. Sonst haben wir ja nichts Besseres zu tun, ne? Wenn ein paar Leute vorbeikommen. Nur ein paar. Hallo. 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 Jetzt kommt allerdings jemand, der läuft. Lauf nicht unangenehm, weil diejenigen Wochen lang bis zur Reise haben. Ja, das stimmt. Ja, dann... Werden wir das jetzt? Obwohl man es nur Fahrersparung. Ich zeig einfach, was wir danach so weitermachen. Halt gerade, weil... Guck. Guck, jetzt hat es wieder Aufgabe zu filmen und es fängt wieder an. Ist das, wenn du irgendwas sagst? Ist das irgendein Wort? Stopp. Halt. Halt. Rain. Rain. Dancing in the rain. Es ist voll warm. Aber es wird nicht nass. Ich hoffe mal, dass die Haare sich davon nicht wellen. Halt. 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 Also wir fahren jetzt auf jeden Fall ins gute Wetter. In den Süden. Oh, ich will noch was mit dir machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch check, wie das ging. Warte, ich muss kurz nachdenken. Jetzt muss ich... Was willst du machen? Du stehst so drauf. Was willst du nachdenken? Ich denk nur so, was wär's schon von mir? Warte kurz. Ähm. Ich muss nachdenken, wie das ging. Ich glaube... Aber ich muss das eben über eine andere Person machen, bei der ich es dann besser kann. Aber ich glaube, du musst jetzt einfach nur auf meine Hand schlagen. Was? Gibt mir einfach ne Schelle. Schwarz. Du musst... Ich soll aber ein dünner Mannes Dach stehen. Und warum? Soll wir ganz einfach ins Auto sein? Okay, wir sollten jetzt einfach nur fahren. So, wir sind jetzt im... Richtige Summer-Vibes auf einmal. Ja, es hat gerade eben so gepisst. Nee, eigentlich ist es noch. Aber beim herfahren hat es voll gepisst. Und jetzt gehen wir noch... Wohin Buga heißt es? Buga? Ja, Buga, Buga, Buga. Ja. Da ist Buga-Dachzentrum. Alter. Das ist der gleiche, wie ich gerade eben. Naja. Buga. Ja. Nee, nee. Ja, da ist er in der Tür. Wir haben nicht mehr so viel Freizeit aus der Karte. Wow! Also wir fahren jetzt noch, bzw. wir sind jetzt zurück im Parkhaus. Und gerade eben wurden wir wieder so richtig dumm angelabert beim Fotos machen. Naja, du hast leider echt nicht drauf. Und das ist normal, wenn Mädchen Fotos machen gehen. Schlimm! Ich schwör, da traut man sich so einmal Bilder zu machen irgendwo. Oh! Willst du jetzt raus oder? Okay. Wir sind jetzt ready. Klara fährt jetzt heim. Sieht man dich überhaupt? Tschö! Bis zum nächsten Mal! So, ich habe vergessen noch ein Ende abzufilmen. Yeah! Aber deswegen dachte ich mir, ich werde mich so jetzt nochmal kurz... Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne natürlich auch ein Abo, wenn ihr Bock habt. Schaut gerne auch bei Lilly vorbei. Bei ihr kam ja dieses Girls Talks Video online. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinen nächsten Videos irgendwann wieder vorbeischaut. Ich werde jetzt demnächst auch noch meine Uni-Videos hochladen. Es ist gerade einfach so extrem viel Stress. Also wirklich, ich habe das so unterschätzt, wie viel Stress ich einfach habe. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich das jetzt alles noch irgendwie hinbekomme und euch da ein bisschen Content liefern kann. Von daher bleibt dran, unterstützt mich gerne. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal.